Was wünschst du dir für... Du hast das so schön formuliert eben. Okay, ich probiere das immer. Fünf Fakten über dich. Ich habe sieben ältere Geschwister. Ich bin 26 mal Tante. Ich bin Ingenieurin. Mir ist Empathie extrem wichtig. Ich bin sehr strukturiert und räume immer alles auf, was ich in die Finger kriege. Ich mache unglaublich gerne eine Weitwanderung. Wie viel Tante ist der Name. Startup oder VC-Leben? Was macht mehr Laune? Beides auf seine Art. Kann man ja auch immer nur persönlich sagen. Für mich waren beide Bereiche ganz spannend. Bei einem Startup hat man ja die Möglichkeit, selber ganz viel zu verändern und anzustoßen und die Organisation zu entwickeln. Im VC-Leben hat man aber noch ein bisschen Anteil daran, an diesem Startup-Leben. Und da ist der Vorteil vielleicht, dass man noch vielseitiger Teams kennenlernt, Menschen kennenlernt und auch Themen kennenlernen kann. Welche technischen Innovationen begeistern dich im Moment am meisten? Ich komme vom Hintergrund aus dem Bereich Verfahrenstechnik und im Privaten ist mir das Thema Nachhaltigkeit ziemlich wichtig. Und deswegen schaue ich mir hier gerne Themen an, die in dem Bereich Climate Tech oder Circular Economy sind. Da kann ich so ein bisschen vereinen, was ich spannend finde. Da merke ich, dass sofort die Fantasie anfängt zu starten und sich aufzubauen. Wie das eben aussehen wird, wenn genau dieses Team diese Lösung in die Welt bringt. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man denkt, dass die Welt damit auch irgendwie besser wird. Was wünschst du dir für euer Team? Ich wünsche mir jemanden, der zum einen gut reinpasst in unser Team und zum anderen jemanden, der vielleicht nicht so gut reinpasst. Gut reinpasst in unsere Kultur, das wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen und andererseits vielleicht nicht so gut reinpasst, indem noch mehr neue Perspektiven dazukommen. Und wir versuchen uns immer zu hinterfragen und auch jedes Team, jeden Deal von verschiedenen Seiten anzuschauen. Und da kann das nur helfen, noch mehr Sichtweisen dazu zu bekommen. Die Welt ist ein sehr wichtiges Gefühl. Die Welt ist ein sehr wichtiges Gefühl. Vielen Dank.